Ob marode Straßen, fehlende Kita-Plätze oder bezahlbarer Wohnraum. Kommunalpolitik beginnt vor der eigenen Haustür. In den Kommunen spiegeln sich alle Themen wieder, die die Menschen betreffen. Hier wird Politik konkret erfahrbar und es wird kontrovers diskutiert. Und welche Rolle spielt dabei der Lokaljournalismus? Wie können Lokalzeitungen diese Themen am besten aufgreifen? Und in welchen Formaten können sie berichten? Diese Fragen versucht die Drehscheibe mit ihrer Themenwoche Kommunalpolitik zu beantworten. Eine Woche lang vom 1. bis zum 5. April versorgen wir sie täglich mit Hintergrundberichten, Experteninterviews und jeder Menge Best-Practice-Beispielen. Die Woche beginnt am Montag mit der Veröffentlichung der nächsten Drehscheibe-Ausgabe zum Thema Kommunalpolitik. Lassen Sie sich überraschen, was wir für Sie auf Lager haben. Und schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihrem Feedback, wie Sie die Woche fanden. Und vor allem... Bleiben Sie lokal! Lassen Sie sich überraschen, folgen Sie in der Stadt. Und das müssen Sie uns gerne wissen!